Hallo und herzlich Willkommen bei Butzer spielt Legend of Grimrock. Wir sind in der vierten oder auf der vierten Ebene in den Archiven. Und ganz ehrlich, das da vorne sieht mir schon ziemlich nach Falle aus. Kann ich da eigentlich was hinlegen? Na toll, nehmt da nur Steine. Nehmt er nicht. Einmal kurz die Zaubersprüche anschauen, die ich kann. Eisshards kann ich wahrscheinlich gar nicht. Nee. Oh, vielleicht beim nächsten Mal. Earth Magic. Alles klar. Air Magic 4 habe ich auch nicht. Poison Cloud. Ja, das... Kriege ich dann auch irgendwann hin. Alles klar. Dann... Wollen wir es reinlassen? Huch. Oh. Oh. Äh. 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 Crapet. Äh. Äh. das kann ja hier noch dauern zack ist doch ganz einfach und ein schlüsselchen naja theoretisch könnte ich auch mal rasten was ist das was ist was ist passiert ein kollektiv träum oh ich weiß ich weiß was du sieg look for me down below and I might help you ok das war interessant unarmed combat Dexterity plus 2 ich könnte Machen wir hier mal 2 und hier mal 2 so aber immerhin ist keiner gestorben Hunger hat sie er hat so ein bisschen Hunger Grimcaps sind die den machen wir hier zu er hat auch keinen Hunger gut dann müssen wir nur noch hier raus kommen gibt es hier irgendwie irgendwelche geheimen Fächer Fächer ähm Protection 2 Protection 2 Protection 2 Protection 4 Ach noch ist es nicht im Weg Tja Achso ja durch das ganze runtergefallen habe ich da schon was erkundet wer hüpft denn da da hüpft doch wer da hüpft doch wer eine Schriftrolle eine Schriftrolle Restore Energy One Blood Drop Blossom Mensch Witches of the north Witches of the north Witches was brauche ich denn Wenn denn Sie kriegt erst nochmal ein Healing Potion dann probiere ich mal das was hier. Powdered Grim Cap with which flower almost works. One more ingredient. Nehme ich mal alles was ich habe. In erster Linie mache ich jetzt aber mal. So. Für die Dame einen davon. Powdered Grim Cap. Witch Flower. Cave Nettle. Hm. Silverous Potion. Silverous Potion. Das tut nichts. Hm. Safe Game. Wurde zerspielt. Und hier dann. Ach ne. Da. Witch Flower. Jo. Oh. Ein stärker Trank oder so. Hallo? Ach du Scheiße. Huh. Oh. 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 eben angesagt. Hm. So. Zack. Vier. Spellcraft, Staff Defense. Habe ich den Ice Shards? Air Magic 4. Hm. Improved Combat Caster. Na ja. Wenn er dann mal mehr bekommt, ist doch ganz gut eigentlich. Missile Weapons. Energy plus 5. Assassination. Dodge. Jo. Jetzt muss er nur noch hier der Ochse aufsteigen. Und hier gibt es Beast Gardens and Menagerie. Time and Tide. Put to sleep. Eternally imprisoned. Crimes forgotten. Caverns still echoing. The Catacomb. The Catacomb. Trails of Thought. Schaut. Okay. Hier benötige ich einen besonderen Schlüssel. Und da geht's schon wieder runter. Hm. Hmm. Trails of Thought. Time and Tide. Put to sleep. Put to sleep. Eternally imprisoned. Eternally imprisoned. Crimes forgotten. Aha. War ich hier schon? Okay. Klapp. Throwing Knives. Immer gerne gesehen. Krieg ich die hier durch? Nein. Hm. Hm. Hm hm.